Heute sind wir bei Familie Meier. Die hat ein Haus gekauft und möchte auf das Dach eine Photovoltaikanlage bauen. Ihre beiden Familienautos, ein SUV und ein Kleinwagen, sollen durch Elektroautos ersetzt werden, die mit dem Strom von der Photovoltaikanlage geladen werden sollen. Der SUV hat eine jährliche Fahrleistung von 15.000 Kilometern, mit den Kleinwagen fahren sie 8.000 Kilometer im Jahr. Familie Meier verbraucht im Jahr rund 4.500 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von 40 Cent liegen die Jahresstromkosten bei 1.800 Euro. Als Ersatz für die beiden Dieselautos haben sich Herr und Frau Meier zwei E-Fahrzeuge angesehen. Das größere Fahrzeug, das für den Urlaub und die Fahrt ins Büro genutzt wird, hat eine Batteriekapazität von 58 Kilowattstunden. Das Fahrzeug mit kleinerer Batterie wird eher auf Kurzstrecke gefahren, um die Kinder zum Sport zu bringen oder einzukaufen. Mit wie viel Stromverbrauch müssen wir für das Laden der beiden Autos zusätzlich rechnen? Geht man von den technischen Daten der beiden Fahrzeuge aus, ist mit einem zusätzlichen Strombedarf von rund 3.440 Kilowattstunden pro Jahr in etwa auszugehen. Elektromobilität wird vom Staat gefördert. Hierzu zählen Zuschüsse des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kurz-Baffar oder steuerliche Abzugsmöglichkeiten. Informieren Sie sich auf der Seite der Baffar oder auf www.stadtwerke-heil.de Wie viele Module passen auf unser Dach? Und welche Leistung hat dann die Photovoltaikanlage? Es stehen etwa 45 Quadratmeter realisierbare Modulfläche zur Verfügung. Die Module, für die sich die Meyers interessiert haben, haben eine Größe von 1,65 auf einen Meter und eine Nennleistung von je 370 Watt Peak. Daraus ergibt sich eine Gesamtanlagenleistung von 9,6 Kilowatt Peak. Und wie viel Strom kann man mit dieser Anlage ernten? Der durchschnittliche Jahresstromertrag liegt in Deutschland bei 200 Watt je Quadratmeter Dachfläche beziehungsweise bei 900 bis 1000 Kilowattstunden je Kilowatt Peak. Für die Module wird laut technischer Daten ein Ertrag von 946 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak im Jahr angegeben. So kann man etwa mit einem Jahresstromertrag von rund 9100 Kilowattstunden rechnen. Und mit welchen Kosten müssen wir für die Photovoltaikanlage bei der Größe in etwa rechnen? Die Anlagenkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Anlagengröße Modulqualität und Zelltyp Marke und Qualität der Wechselrichter Montagesystem Dachvoraussetzungen, wie Eindeckung, Neigung, Zugang Leitungswege im Haus Ob ein neuer Zählerschrank benötigt wird Ob Kosten für Datenlogger zur Anlagenüberwachung, Gerüst zur Montage oder Netzanschlusskosten im Angebot berücksichtigt wurden Aufgrund der starken Nachfrage nach Photovoltaikmodulen ist derzeit von steigenden Preisen auszugehen In unserem Fall ergeben sich Kosten in Höhe von 15.000 Euro netto Würde sich für uns denn ein Batteriespeicher lohnen und wie sollte der ausgelegt sein? Als Faustformel gilt Der Speicher sollte eine Kapazität von etwa 0,5 bis 1,5 Kilowattstunden der Leistung in Kilowattpeak der Photovoltaikanlage haben Je geringer der jährliche Stromverbrauch im Verhältnis zur Stromerzeugung ist, desto größer sollte der Speicher dimensioniert sein Mit einem Speicher lässt sich der Autarkiegrad erhöhen Fragen Sie Ihren Installateur, ob sich ein Speicher in Ihrem Fall lohnt und welcher Standort sich für den Speicher eignet, um Mindestabstände und Brandschutzvorgaben für den Speicher einhalten zu können Familie Meier entscheidet sich für eine Batteriegröße mit Kapazität von 10 Kilowattstunden Der Speicher hat eine Dimension eines größeren Kühlschranks Der Markt für Speichersysteme boomt und die Preise ändern sich sehr dynamisch Wir rechnen in unserem Beispiel mit einem Preis für den Speicher von 8.230 Euro netto Zusammen mit der Photovoltaikanlage belaufen sich die Investitionskosten so auf rund 23.230 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer Und? Zu wie viel Prozent deckt der Strom von der Photovoltaikanlage nun unseren Strombedarf? Strom wird nur am Tag mit Sonnenlicht produziert Elektrogeräte sollten möglichst dann betrieben werden, wenn Strom vom Dach kommt Elektrogeräte lassen sich über schaltbare Steckdosen und Apps steuern Neuere Geräte sind mittlerweile selbst smart Auch Ladestationen lassen sich mit App steuern Wenn Frau Meier unter der Woche von der Arbeit kommt will sie ihr Auto abends laden Sofern tagsüber genug Sonnenstrom erzeugt werden konnte, liefert der Speicher dann den Strom für das E-Auto An grauen Wintertagen braucht Familie Meier aber weiterhin den Strom aus dem öffentlichen Netz Und das sieht dann im Sommer beispielsweise so aus Morgens wird bei noch wenig Stromverbrauch, aber guter Sonneneinstrahlung, der Speicher geladen Am Nachmittag kann ein großer Teil des Strom ins Netz eingespeist werden Tagsüber reicht der Strom, um den Eigenstromverbrauch zu decken, auch für die Ladung des Kleinwagens Das Fahrzeug mit großer Batterie wird abends aus dem Speicher geladen Der Strombedarf von Familie Meier kann an diesem Tag vollständig vom Stromertrag der Photovoltaikanlage gedeckt werden Die PV-Anlage erzeugt im Jahr 9100 kWh, davon kann Familie Meier 6.280 kWh selbst nutzen und deckt damit rund 80% des Strombedarfs für Haushalt und E-Laden Der Rest wird ins Stromnetz eingespeist Für den eingespeisten Strom erhält Familie Meier vom Netzbetreiber eine Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz Für Juli 2022 lag diese bei 6,24 Cent je kWh Abends und an sonnenlosen Tagen muss Strom aus dem Netz gedeckt werden Dafür zahlt sie 40 Cent je kWh Jährlich erwirtschaftet die Anlage in etwa einen Gewinn von rund 2200 Euro Anlagen, die ab 30. Juli 2022 in Betrieb gehen, erhalten mit dem neuen EEG 2023 eine höhere Einspeisevergütung Bei Dachanlagen, die den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, werden für die ersten 10 kW 8,2 Cent je kWh fest vergütet Wird der Strom voll eingespeist erhöht sich die Vergütung auf 13,0 Cent je kWh Die anzulegenden Werte gelten für den Fall der Direktvermarktung des Stroms Bei fester Einspeisevergütung sinkt die Vergütung um 0,4 Cent je kWh Ab 1. Februar 2024 reduziert sich die Vergütung halbjährlich um 1% Und wann rechnet sich die Anlage? Die Kosten für die Photovoltaikanlage und den Speicher belaufen sich bei Familie Meier auf 23.230 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer In dieser Musterrechnung wurde die Anlage unter dem Aspekt möglichst großer Wirtschaftlichkeit konzipiert und wird über 20 Jahre steuerlich abgeschrieben Für Betriebskosten, die innerhalb der 20 Jahre anfallen können, also für Versicherung, Reparaturrücklagen etc. wird ein Betrag in Höhe von rund 3.900 Euro angesetzt Die Musterrechnung von Familie Meier ergibt, dass Rund 73% des Photovoltaikstroms selbst genutzt werden kann Zu fast 80% wird die Familie Energie autark Die Anlage amortisiert sich nach etwa 10 Jahren bei einer Rendite von 8,2% Der Gewinn beträgt nach 20 Jahren knapp 26.000 Euro Pro Jahr werden 3,5 Tonnen CO2 eingespart, so viel wie 350 Bäume binden Unser Tipp Lassen Sie sich vom Solartur mit dem Angebot die Wirtschaftlichkeit berechnen Das Angebot ist die Basis für das Bankgespräch für die Finanzierung Gibt auch Ihr Steuerberater Grünes Licht steht dem Projekt nichts im Weg Na wenn das so ist Dann nutzen wir doch die Sonne Und werden unabhängiger von fossilen Energien wie Öl, Gas oder Kohle Und tun was für die Umwelt Eignet sich auch Ihr Haus für Photovoltaik? Machen Sie den Test mit dem Solarrechner www.stadtwerke-heil.de Mach's nachhaltiger